Blicken wir mal auf die Aktien-News, denn da war dann doch ein bisschen mehr los und wir starten einfach mal mit den News, zu denen wir in der letzten Woche eine kleine Analyse gemacht haben. Wir starten mit Walmart, dem US-Einzelherrn des Giganten. Luca, der hat die Erwartungen übertroffen, kann man sagen. Genau, er hat die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose für das nächste Jahr angehoben angesichts der stabilen Verbrauchergesundheit. Genau, da sehen wir bei den großen, sei es Walmart, aber auch Home Depot, bei den großen Konsumgüterunternehmen, dass die US-Wirtschaft sich ein bisschen aufbaut. Genau, wir sehen das. Hier ist der Rückblick von der letzten Woche. Es gab hier diese schöne Parabolform. Da ist der Index zwar durchgebrochen, aber durchaus war er stabilisiert hier durch diesen gleitenden 7er-Durchschnitt, den wir noch gesehen haben. Und das ist auch das, was wir dann nach den Quartalszahlen gesehen haben, wie gesagt, plus 6 Prozent. Die Parabolform hat da weiterhin eigentlich Bestand. Also dieser Trend hat genau hier auf diesem gleitenden Durchschnitt aufgesetzt, ist nach oben abgeprallt. Also hier weiterhin positive Signale von Walmart für die US-Wirtschaft. Wir gehen mal weiter und gucken uns einen weiteren Giganten an, den wir in der letzten Woche uns auch etwas deutlicher haben. Genau, bei Cisco, dem Tech-Unternehmen, ging es 6 Prozent in die Höhe, nachdem man auch Quartalszahlen über den Schätzungen vorgelegt hat. Allerdings, man hat 7 Prozent der Belegschaft entlassen, was der Markt sehr positiv aufgefasst hat. Genau, Cisco spricht insbesondere auch davon, weitere Effizienzen über das Thema KI zu etablieren. Das heißt, man möchte die Profilabilität durch Effizienz steigern. Das heißt, Belegschaft wird entlassen. Man setzt eher an bestimmten Teilbereichen hier auf die KI und dementsprechend haben wir auch das, was wir in der letzten Woche hier gesehen haben, hat sich so ein bisschen etabliert. Wir sind nämlich genau an dieser Schwelle hier abgeprallt und die Aktie ist hier wieder schön sogar über den gleitenden Durchschnitt nach oben gewandert. Das heißt, den Markt hat es gefreut und weitere höhere Profitabilität steht da so ein bisschen in den Sternen. Wir gehen nochmal weiter und zu Applied Materials, denn hier geht es ja auch um das Thema Chips. Wie war es da letztendlich? Genau, bei diesen Chip-Produktionsausrüstungsanbietern ging es 5 Prozent in die Höhe, nachdem man, wie gesagt, auch besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt hat und leicht die Prognose für das laufende Quartal angehoben hat. Gleiches Spiel muss man sagen bei Applied Materials. Auch hier dieser schöne Aufwärtstrend, den wir eingezeichnet hatten, schon hier einen leichten Abpraller, der vorher passiert ist. Und das Ganze wurde dann durch die Quartalszahlen wirklich nochmal bestärkt. Also ein deutlicher Trend hier weiter nach oben. Man hat es nicht ganz über diesen gleitenden Durchschnitt, den Siebener, hier geschafft. Da ist man leicht wieder zurückgekommen. Grundsätzlich das Momentum aber deutlich auf Seite der Aktie hier an dieser Stelle. Zuletzt haben wir noch die Home Depot. Luca hat es gerade eben schon angesprochen. Die Baumarkette, bei der ist nämlich Ähnliches passiert. Das muss man sagen, gab es nicht so eine besondere Überraschung nach oben, obwohl die Quartalszahlen eigentlich alle sehr, sehr gut waren. Aber man ist so ein bisschen skeptisch, was die weitere Wirtschaft betrifft. Denn ja, das ist das, was sich auch eigentlich in der Aktie seit längerer Zeit widerspiegelt. Wir haben es da immer wieder positive Ausbrüche nach oben. Aber dieser Gedanke der Rezession steht halt bei Home Depot immer wieder in den Büchern. Denn wir wissen, die Immobilien und auch die private Wirtschaft rund um das Thema Hausbau, Hausausbau, Gartenausbau, die muss man sagen, ist einfach sehr stark abhängig von der Wirtschaftslage. Weil das sind oftmals Projekte, die man gerne nochmal verschieben kann. Auch so ein bisschen in die weitere Zukunft. Nichtsdestotrotz ist auch hier die Aktie schön an diesem Aufwärtstrend abgeprallt. 1% in Summe nach oben. Am Ende der Woche gab es dann noch ein bisschen was obendrauf. Also im Kern positive Nachrichten hier von die Home Depot. Das waren so die Aktien, die wir uns in der letzten Woche angeschaut haben. Es gab aber natürlich nicht nur dort News. HelloFresh hat auch scheinbar ganz positiv. Genau, für HelloFresh gab es einen deutlichen Kursprung um 46%. Trotz Rückgang der Profitabilität, in dem Fall der EBIT, das EBITDA, fiel die Ergebnisse besser als erwartet aus. Dafür war hauptsächlich verantwortlich das Segment fertig gerichtet, das aber einen kleineren Anteil an uns ausmacht. Man kann sagen, das Segment Kochboxen läuft nicht ganz so gut. Man geht jetzt eher auf den Einzelhandel zu. Denn Kochboxen hat halt geboomt in der Corona-Zeit, als alle zu Hause kochen wollten. Das ist scheinbar nicht mehr so gefragt. Dafür gibt es halt ein weiteres Segment, das man jetzt weiter ausbauen möchte. Jetzt muss man sagen, waren die Quartalswahlen nicht beeindruckend. Aber man kommt halt von sehr, sehr tiefen Niveaus. Und dementsprechend hat die Aktie bei auch nur kleinsten News dort immer wieder Sprünge nach oben. Spannender war es da bei Starbucks. Genau, bei Starbucks gab es einen Wechsel innerhalb der Branche. Der CEO von Chipotle ist zu Starbucks gegangen. Das hat natürlich die Aktionäre von Starbucks gefreut, weil der ehemalige CEO von Chipotle ja, deutliche Steigerung des Unternehmenswertes bewirkt hat. Bei Chipotle, genau, das zu den beiden Unternehmen. Genau, man kann es ganz gut sehen beim Aktienkurs von Starbucks. Denn der war zuletzt länger unter Druck und ist dann eigentlich auch abgerutscht auf diese 68 US-Dollar. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, ich bin Starbucks-CEO, äh, CEO, wäre ich gerne. Starbucks-Aktionär, äh, mich hat es gefreut, dass wir also wieder ein bisschen in Richtung, ähm, ja, alte Niveaus gekommen sind. Und im Kern geht es eigentlich hier darum, dass der neue CEO weitere Impulse setzen sollte. Der alte war schon etwas länger, ähm, in der Kritik. Und jetzt muss man aber sagen, dass sich das Ganze teuer erkauft werden musste. Ich glaube, 80 Millionen stehen als Jahresgehalt ungefähr für den neuen CEO, ähm, ja, als Vertragsinhalt dort. Ähm, mal gucken, ob sich das Ganze auch dann wirklich in, in weiteren Gewinnen manifestiert. Bei Chipotle hat es gut funktioniert. Die Aktie hat daraufhin dementsprechend verloren. Und bei diesem Wechsel, jetzt mal schauen, ob bei Starbucks das Gleiche passieren kann. Dann gab es noch Nachrichten von NVIDIA, zumindest vorfällige Nachrichten. Genau. Ähm, da hat so ein bisschen, äh, der gesamte Sektor, die Halbleiterbranche, profitiert. Sei es Zulieferer, sei es Chip-Entwickler oder auch die Auftragsfertiger. Ähm, da man so ein bisschen auf, auf gute Quartalzahlen diese Woche von NVIDIA spekuliert. Und ja, NVIDIA als Branchenprimus, äh, geht da voran. Ja, also, ähm, NVIDIA wird noch jetzt dran. Genau, genau, wird noch dran. Ähm, aber es ist zumindest das, was wir, ähm, schon mal als Vorboten in der letzten Woche gesehen haben. Positiv war es dann auch bei Hannover Rück. Wir haben zuletzt über München in der Rück gesprochen mit guten Zahlen. Hannover Rück ebenfalls. Genau, äh, da konnte Deutsch die Profitabilität. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.